Der Start, 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher! Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Schumacher! Der Start, 0 auf 100 in 3 Sekunden. 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 Schau! 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 Armartig in der Mox. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher hat 20 Sekunden in Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen.